Berlin, 11. Dezember 2017 Laut offiziellen Angaben des Bundesamtes für Verfassungsschutz, ist die salafistische Szene in Deutschland auf 10.800 Personen angewachsen. Ein bisheriger Rekordwert. Die AfD-Fraktionsvorsitzende Dr. Ellis Weidel warnt. Der Verfassungsschutz präsentiert erschreckende Daten, die Zahl radikaler Islamisten hat sich in den vergangenen sechs Jahren fast verdreifacht. Trotzdem erklärt uns heute Bundesinnenminister Thomas de Maiziere, Deutschland sei sicherer geworden. Davon kann keine Rede sein. Im Gegenteil, solange sich die etablierten Parteien gegen die Forderung der AfD sträuben, Gefährder konsequent abzuschieben, wird sich die Situation weiter verschärfen. Ellis Weidel betont, nach der Bekanntgabe der Zahlen durch Verfassungsschutzpräsident Hanske Ortmassen, der von einem Allzeithoch an Salafisten in Deutschland spricht, hätten bei der Bundesregierung eigentlich die Alarmglöcken schrillen müssen. Stattdessen verteilt der Innenminister Beruhigungsspillen. Mit dieser Vogelstrauß-Politik muss endlich Schluss sein. Die AfD ist die einzige Kraft im Bundestag, die sich für die Bürger dieses Landes in Sachen Sicherheit stark macht und auf Lösungen hinweist. Deutschland muss endlich seine Grenze wieder sichern und konsequent von der Möglichkeit der Abschiebung Gebrauch machen. Gebrauch machen.